Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Shockey 101 Diverse EPs und auch ein Tour-Mixtape hat Shockey bereits veröffentlicht. Jetzt steht sein Debütalbum an. Die komplette Tracklist wurde noch nicht bekannt gegeben. Als Features wurden bis jetzt Fairies MC und Suisse und die Anderen bestätigt. Das Album kommt über Missglück der Welt und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Fairies MC Missglückte Asymmetrie Das letzte Release von Fairies MC, wahrscheinlich nie wieder vielleicht, erschien im März 2019. Im Dezember 2019 erschien dann noch das Collaboprojekt mit Suisse, Phoenix aus der Klapse. Jetzt steht das neunte Album des Wahlhamburgers an. Missglückte Asymmetrie kommt mit zwölf Tracks und beinhaltet Features von Dark SDP, Shockey und Suisse und die Anderen. Das Release kommt über Missglückte Welt und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Mo Torres VHS Im November 2019 erschien mit Rochus Park das letzte Release von Mo Torres. Jetzt meldet sich der Kölner mit seiner nächsten EP zurück. VHS beinhaltet 8 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Die EP kommt über sein eigenes Label Usum Vädel und erscheint als CD und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.